Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf ein weiteres Ostrakon-Rätsel zu. Und zwar, wir befinden uns hier in den Ruinen von Helike. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das Ostrakon-Rätsel liegt hier hinten. Und es geht um den Angeber. Die Lösung per se liegt hier im Theater. Und zwar bei diesem sogenannten Schiff. Da machen wir uns auch schon mal auf den Weg. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Was machst du denn hier? Was ist das? 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 Was ist das?